Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Beta von Android 13 Tiramisu. Als erstes zeige ich euch, wie man die Beta installieren kann. Danach sehen wir uns die ersten Neuerungen an und zum Schluss zeige ich euch den Ablauf der Beta-Phase und teile euch mit, ob die erste Beta stabil ist. Los geht's! Wir sehen die Android-Version 13, darunter das Sicherheitsupdate vom 5. April und darunter das Google Play Systemupdate vom 1. März. Klicken wir nun einige Male auf Android 13, so erscheint wie gewohnt unser Easter Egg, also die Uhr, an dessen Zeiger wir drehen müssen. Gehen wir zurück auf 12 Uhr, erscheint Android 12. Was passiert aber bei 13 Uhr? Leider gar nichts. Lasst euch nicht irritieren, Google hat sein Easter Egg einfach noch nicht aktualisiert. Wenn wir aber in die Info des Pixel-Launchers sehen, verrät uns Google, nach welcher Süßspeise Android 13 benannt wird, nämlich Tiramisu. Und das kann nur gut werden, sage ich euch. Jetzt zeige ich euch, wie man die Beta installiert. Es ist ganz simpel. Zunächst öffnen wir Google Chrome und geben Android 13 Beta in die Suchleiste ein. Achtet darauf, die offizielle Google-Seite anzuklicken. Auf der Seite angekommen, scrollen wir runter zu den Geräten und sehen unsere berechtigten Geräte. In meinem Fall das Pixel 6 Pro. Es ist noch nicht für das Beta-Programm angemeldet, also klicken wir auf das blaue Anmelden. Und es erscheint ein Auswahlfenster. Solch ein Fenster sehe ich zum ersten Mal. Das gab es in dieser Form, glaube ich, auch noch nie. Wir haben die Auswahl zwischen der Beta für Android 12 und Android 13. Das Programm für Android 12 endet im Juni dieses Jahres. Das 13er-Programm im Juni nächsten Jahres, also 2023. Und natürlich wählen wir das 13er. Als nächstes folgen die Nutzungsbedingungen. Diese muss man akzeptieren. Dabei reicht es, das letzte Kästchen zu wählen. Bestätigen und anmelden. Jetzt müssen wir nur noch in die Einstellungen gehen und nach einem Update suchen lassen. Und siehe da, Android 13 Beta 1 wird heruntergeladen und im Anschluss installiert. Klasse! Kommen wir nun zu den ersten Neuerungen, die mir aufgefallen sind. Links unten auf dem Lockscreen finden wir nun die Steuerung für die Home-Geräte. Das gefällt mir nicht unbedingt. Ich bin eher dafür, dass wir Nutzer entscheiden sollten, welchen Shortcut wir dort haben wollen. Ein Klick auf das X links oben bringt uns zurück auf den Lockscreen. Die nächste Neuerung betrifft das Media-Panel. Seht mal, wie sich die Play-Leiste verhält. Der bereits abgespielte Bereich links der Position bewegt sich wellenförmig. Ich muss zugeben, das gefällt mir. Ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, aber ich danke ihm oder ihr. Wir wischen noch eine Stufe runter und sehen die neue Anordnung des Ein-Ausschalt-Menüs, der Einstellung und einer funktionellen Neuerung, die dem Nutzer zeigt, welche App gerade aktiv ausgeführt wird. Man kann ungewollte Apps hierüber stoppen. Das finde ich wirklich sehr gelungen. Als nächstes kommen wir zum Material Hue und den neuen Farbpaletten. Nicht nur gibt es viele neue Hintergrundfarben, nein, es gibt jetzt auch viele neue Grundfarben, die zudem auch zweifarbig angeboten werden. Das ist eine willkommene Neuerung zur persönlichen Anpassbarkeit. Kommen wir zu einer weiteren funktionellen Neuerung, nämlich zur Möglichkeit, einen kopierten Text zu bearbeiten, bevor man ihn einfügt. Ich lösche den Text Serie und schreibe Review hin. Und dieser neue Text wird dann kopiert. Okay, letzter Punkt. Wie steht es um die Leistung der Beta? Gibt es Ruckler, App-Abstürze oder funktionieren einige Apps nicht? Nein, bisher ist alles prima. Die Beta läuft wirklich erstaunlich rund. Das hätte ich nicht gedacht. Hier noch die Übersicht des Beta-Programms. Im April haben wir die Beta 1 bekommen. Es werden noch drei weitere Betas folgen, bevor die öffentliche und stabile Version mit der Pixel 7 Serie veröffentlicht wird. Ich werde natürlich jede Beta begutachten. Abonniert gerne den Kanal, um diese Videos nicht zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und ciao.